Wir überprüfen das ja ständig, weil wir natürlich immer die Maßnahmen abwägen, was ist notwendig, was ist sinnvoll, erforderlich. Und deswegen ist es ja ein ständiger Prozess, der stattfindet. Da brauchen wir jetzt aus Berlin auch keine besondere Aufforderung, sondern das tun wir natürlich selbstverständlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017